Vorher auf den PokerCode Streamhards. Junge, ich pisse mich ein, ey. Mein Herzl, der Pult ist auf 3 Milliarden. Oh mein Gott, Alter. Komm schon. Oh mein Gott, die Facts gegen... Aktuell geht das ja leider nicht. Boah Leute, Quads! All in. Nein, Spaß. Ah, herrlich. Do it. It's a blank. Okay, take the same time, like every time. Could be a leading bet, a Conti bet. Fred is betting, nice! Okay, same time. Please. Oh, that could be nice. We'll check the win. Same. Think about it. 10. I think I'll leave. No, check. Please. Bet! Come on, Fred. Please. Come on. Yes! Nice one! Boom! Oh, wait. He has full house. Oh, sick. Wow, sick. Quads, Alter! Quads, Alter! Yo, was mit Poké! Was jung, ey! Alter, 3 Millionen, ey! And without the check, we'd get this spot. Goodness! Sick! Turncut. Turncut was the best. We're just like that. We're just like that. Yeah. We're just like that. We're just like that. Let's go! Nice! Hold! Hold! Hold it! Hold it! No hard, no deuce. No! Oh, shit! 25 Picks, Alter! Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Wie ist denn das reingegangen überhaupt? Hat der gejamt? Ich hab geraced, er hat 12 Picks gejamt. Oh, Gott! Der ist das für ein Jam! Alter! Man muss ja tollen, oder? Ja, ja, deins ist fein, aber was jammed der denn da? Geist! Oh, shit! Ja! Ja! Biggest score in this Streamhouse! Let's go! Until now! Until now! First three, nice! Topsen made day two in the scoop, 109, I don't know the number of the scoop. 109, something, something. Yes, 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 day two tomorrow. Final three tables! Okay, let's go! Come on, Hansi, come on! Come on, Hansi! 9! Bring! Hold! Hold! Perz! Hold! Er hat noch 9%. Come on! Hold, dude! Perz! Yes! Let's go! Fuck, man! Oh! Alter! Das Wette in mir war... Ich darf ihn holen, ne? Nein, nein, nein! Der ist schon auf eine halbe FTA, der FTA, der FTA... Nimm dir Zeit, dass wir da kleben immer. Genau. Das ist darauf bezogen, oder ist das generell so ein Spruch, dass du halt auf dich... Nee, einfach... Also generell bin ich einfach ein Mensch, der zu hektisch ist, so, das weiß ich auch. Und dann oft auf Basis von zu hektischen Klicks oder zu schnellen Entscheidungen mache ich halt Fehler. Ja. Oder macht jeder Fehler wahrscheinlich. Geht mir genauso. Final two, oder? Oh mein Gott, ja. Final two tables! Oh mein Gott! So sweet! Oh mein Gott! Sick! Jetzt schon. Sick! 3.30am und Rafi schaut sofort. Ja, wir... We just woke up, Rafi. So he can sweat with us. Junge, ich... So... Richtig so. Piss mich ein, ey. Okay, jetzt halten die Fokus an. Fokus. Verwirr sie mit deinem Trash-Talk. Jetzt hab ich wohl erst rasen. Scheiße. Wie für du, ey. Boah, wie fool das! Junge, ich find's mega gut. Stark. Also er kann ja nur Ace High haben in dem Swordshow. Ah... Hallo. Junge so was in die Niederachter. Ja, das ist vielleicht auch noch... Nein! Ja! Ja! Boah! Alter! Ey, das ist echt... Leute, ich zitter. Das gibt's ja gar nicht. Ey, naja, du hast nichts. Ess mal, Schoki. Hol dir Zucker. Aber jetzt haben wir erstmal größer. Alter, Alter. Ich hab mein Speed komplett an der Liffen. Boah. Junge, mein Herz. Ich kann nichts essen. Das ist halt das größte Turnier im ganzen Schedule von uns so. Das ist so sick. Krank, ey. Wenn ich jetzt was esse, dann ist mein Nutrition-Score dahin. Wir haben verwerbt schon jetzt. Junge, ich hab heute nicht mal eingetragen. Junge, Alter. Du hast vergessen, ey, Scheiße. Ja, das ist ja geil. Ich gönne dir meine Karte. Was für das jetzt? Come on. Jetzt kommt Caro. Jetzt kommt Caro. Ich schwör's dir. Wir sind sogar vorne. Wir sind vorne. Das kann echt sein. King, Queen? Holt! Holt! Ja! Holt! Komm schon! Alter, bitte, Alter. Don't do it. Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Ja! Jawoll, ey! Stark, Alter! Stark, stark, stark! Oh Gott! Oh! Junge, einer und andere nimmst du raus, Alter! Setzt euch, Boys! Ich scheiß mich ein! Oh! Da bist du Deppert! Da bist du Deppert! Da bist du Deppert! Oh! Oh! Fünf andere Witzungen. Jesus, Alter! Nehmen sie raus, die Rakes! Ich weiß, dass er so viel blacht auch. Ich würd gern wissen, was er hat. Push-ups for the final table. Let's go! Ja, okay. Hey, jetzt zieht er doch. Warum call der nicht? Ja, jetzt call der. Queens. Holt! Holt, Alter. Dem schwitzen jetzt auch die... Holt, 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 Holt. Oh mein Gott! Drei! Drei! Die zwei! Let's go! Ja, Mann! Drei! Drei! Let's go! Let's go! Und das geile ist, der andere ist der shortere gewesen von denen. Das heißt, der hat jetzt acht BB, aber acht BB, die gehen schnell mal rein hier. Ja, stimmt. Du bist ja genau sechster von zehn. Alter, die müssen den Page abnehmen. Da gibt's fünf K, Alter! Das klingeln. Stimmt, Alter! 5K, Alter! 1,7K, Alter! Come on! Geisteskrank! Alter, 5K! Ich sterbe! Haben wir nicht irgendwas mit 5K gemacht? Oder ein Mustache-Life? Ja! Mustache-Life! Oh mein Gott! Ich krieg ein Kind, ey! Wenn der jetzt jammt! Oh mein Gott, Leute! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! Oh! Holt! Holt! Alles! Holt! Bitte! Cleaner Türen! Wir blocken! Holt! 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 NAAIN! Mann! Mann, Mann! Oh, Mann! Oh, Shit! Oh, Mann! Oh, Mann! Das kann nicht wahr sein, ey! Kurzfunkziehe, kurzfunkziehe! Oh! Oh, ist das bitter! Ich muss was weinen gerade! Oh, Mann! Das fühlt so weh! Aua! Das fühlt so weh, es ist so sick! Du hast noch den König im Pieck und so, oh Gott, wenn ich da nur dran denke! Okay, no final table, no GG! Was ist die Spring Festival final table? Äh... My biggest score! Beste geht's nicht! Biggest, biggest score! Krankste Scheiße! Oh, Junge! Alle meine, alle meine, alle meine, alle meine die letzten Tage! Ist zwar teuer, aber du kannst es nicht, ja, ne? Du hast es richtig gut reingekriegt! Alter! Du bist halt irgendwie dritter in den Schipps, oder? Ach, ich will das gar nicht sagen! Eines ist alles vergessen, was ich erlebt habe, ey! Oh, Mann! Das, Alter! Queen 6 suited, Alter! Und ich glaube, haben sie meinen Versuch getötet! Mit dem... Mit dem... Oh, sorry! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Bin ich der... Bin ich der... Bin ich der Final Table Barbel Boy? Ich könnte kotzen, Alter! Ja, das... Das ist halt... Das ist halt... Super, super sick! Aber du kannst es einfach leider nicht ändern, ey! Das ist... Oh, Mann! Sick! Du kannst ja... Also... Boah! Das ist echt brutal! Das ist die ganze Scheiße, ey! Das ist echt brutal! Queen 6 suited! Ichu, Alter! Schick mal Geld rüber, ey! Wir clean der Flop! Er hat nur noch Runner Runner! So... Kein Pair! Nur Vector Flush und Vector Threat World! That's it! Ich meine, der Jam ist auf jeden Fall stark von ihm, so, ne? Ja, er kann schon, er kann super... ICM und so... Alter, sick! Fuck, Mann! Leck mich am Ars! Oh, mein Gott! 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 Nein, nein! Spaß! Ich würde den Raiden! Ja, natürlich würde ich den... Geh weiter jetzt schon, Alter! Leute, es war auf jeden Fall sehr, sehr geil mit euch! 14 Stunden! Sick around! Junge! Das ist sick, Alter! Fuck! Boah! Ey, Leute! Das ist echt... Es ist schon so krank, dass man nur noch lachen kann! Das ist echt... Fuck, war das bitter, man! Denk sie so! Aber... Ähm... Nicht bei sowas! Egal wo! Nur nicht... Am Final Tale... Äh... Major Series! Scheiße, Mann! Alter! Alter, ist nicht zu fassen, Alter! Ist nicht zu fassen! Ist nicht zu fassen! Wenn ich mir denk, so... Mir tut's schon unendlich weh! Und wenn ich mir denk, wenn ich... Wenn das... Wenn das... Alter! Wenn das... Wenn ich da sitzen würde noch... Boah! Das hab ich schon gewollt! Alter! Der wird wahrscheinlich auch... Das ist gerade gewollt! Ja, ich bin gewollt! Ich hab wirklich Tränen, wir kommen ohne Scheiße! Ja! Ich wurde richtig, richtig traurig, als ich da drüben stand! Richtig traurig! Ich dachte mir... Verzweiflung eigentlich! Das ist das richtige Wort, das Verzweiflung! Ja, ja! Und weil ich nicht mehr wusste, wohin mit mir... Ja! Dann fängst du an zu weinen automatisch manchmal! Das ist halt so! Ich dachte... Das gibt's jetzt nicht! Das kann nicht sein! Bei mir äußert sich Trauer manchmal! Ein Grinsen! Das ist super unangenehm! Wenn du den Pott gewinnst, dann machst du halt 10k Save oder so! Ich hab ja auch nur gegrinst! Weißt? So! Du hattest zwölf Bigs, weißt? Auf euch, Jungs! Vielen Dank, dass ihr den Ray so stark habt! Ey, Leute! Mega wirklich! Jetzt lass uns morgen togsen nach vorne, peinchen im D2! Vollgas! Ich steh auch an deiner Seite morgen! Ich hab morgen auf jeden Fall gleich mal... Was wird? Guck mal, Leute! Das war der vierte Grindr, oder? Ja! Mein vierter! Allgemein der Viertel! Das heißt, wir haben noch... Das ist Fünffache vor uns! Das Vierfache! Das heißt... Das ist krank! Okay, let's go! Okay, let's go! In the next episode of the PokerCode Streamhouse! Geh weiter! Es ist so behindert, Alter! Mann, ey! Plus, weil der fragt, ob ich noch drin bin! Und ich bin so dumm und antworte im Chat, ey! Also, wenn ihr recht auf das listedet... Was wir realidad,katale ... Ich hab einen Most guten greetings. deaf, ich habe lite spä Baptist Das ist eineits partnered mit aber ihr seid ihr habt! Untertitelung des ZDF, 2020